Guten Morgen Deutschland, an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, liebe Leute, ich hoffe ihr seid nicht aufgeschreckt, die Uhr wurde ja wieder zurückgedreht, eine Stunde, ach Leute, das ist ganz schlimm, also diese Depressionen, weil wir heute eine Stunde mehr hatten, fast so schlimm wie bei Long Covid, ich weiß, ganz grausam, liebe Leute, aber die grausame Wahrheit, sie wurde enthüllt, liebe Leute, ja, sie wurde enthüllt. Ich meine, wir wissen ja alle, dass diese fünf etablierten Parteien im Grunde genommen alle eine Agenda haben und wir wissen auch, dass diese alle fünf Parteien, je nachdem wer gerade regiert, die anderen die Scheinopposition sind, das ist ja alles nichts Neues mehr, aber falls diejenigen da draußen, die das noch nicht wissen, also die politisch Uninteressierten bis zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben in Deutschland fünf etablierte Parteien, die sich abwechselnd immer mal wieder an der Regierung ablösen, abgesehen von den Linken, die dürfen es nur in einem Bundesland, aber ansonsten SPD, Grüne, FDP, CDU, CSU, das war ja immer ein und dieselbe Soße mit anderen Worten, zwei oder drei oder einer hat die Regierung gespielt und der Rest war halt die Scheinopposition. So ist ja momentan auch die CDU, CSU die Scheinopposition in Deutschland. Deswegen hat sie sich ja auf den Parteitag der CSU jetzt auch hingestellt und hat einen auf Opposition gemacht. Mit anderen Worten, all die schönen Dinge, die sie uns die letzten zweieinhalb Jahre kredenzt haben, die wurden jetzt verteufelt, das darf nicht mehr passieren, also mit uns nicht. Genau, liebe Leute, das durften wir ja alle nicht vergessen und es gibt ja immer diese bösen Verschwörungstheoretiker, die haben ja immer gesagt, im Grunde genommen sind diese fünf Parteien ja eine sozialistische Einheitspartei, also so wie die SED damals. Und Unrecht haben die Leute ja nicht, weil wenn es immer wieder dieselbe Soße ist und der Weg immer weitergegangen wird und man immer nur dann, wenn man gerade mal nicht an der Regierung ist, eine Scheinopposition spielt, dann ist man eine sozialistische Einheitspartei aus fünf etablierten Parteien. Und die CDU und die CSU, also die CDU ist ja die christlich-demokratische Union für ganz Deutschland und die CSU ist ja der blaue Ableger, also das, was früher mal konservativ war unter Franz Josef Strauß, ist ja jetzt die Södersche Kaiserliche Fraktion in Bayern, die sind ja immer zusammen unterwegs, genau. Also sie spielen ab und zu mal ein bisschen Feindschaft, dann sagen sie sich, okay, na gut, jetzt müssen wir wieder einen auf Wert konservativ machen, dann setzen wir uns wieder zusammen und prahlen wieder mit der Einigkeit, so wie der Herr Marz und der Herr Söder gestern. Und das hat man natürlich auch gesehen anhand dieses wunderschönen Banners, liebe Leute. Und dem geneigten politisch Interessierten fällt an diesem Banner jetzt möglicherweise etwas auf. Nein, fällt euch nichts auf. Ich gebe euch da mal einen kleinen historischen Kontext, bitteschön. Ja, liebe Leute, also wer es dann immer noch nicht begriffen hat, naja, hier seht ihr die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands im Jahr 2022. Es ist ein absolutes Träumchen, Leute. Und wir leben in den besten Zeiten aller Zeiten, auch heute Morgen wieder in der Ukraine. Ja, große Aufregung, liebe Leute. Also da sind ja zwei Fraktionen im Konflikt. Ist ja jetzt völlig egal, wer angegriffen hat, völkerrechtswidrig ist ja alles bekannt. Ist sowieso alles völkerrechtswidrig, was in der Welt geschieht. Aber interessant ist ja, es gab einen Angriff auf die Schwarzmeerflotte gestern. Also auf der Krim, ne, im Schwarzen Meer, genau. Genau. Und da gab es wohl einen Angriff mit sogenannten Seedrohnen auch. Und die müssen ja irgendwo hergekommen sein. Wahrscheinlich wohl von der ukrainischen Küste, weil kein anderes Land hat ja momentan einen Konflikt mit Russland, richtig? Also ist das Ganze von der ukrainischen Küste passiert. Also die Ukrainer haben Seedrohnen geschickt und haben die Schwarzmeerflotte angegriffen. Jetzt regt sich der Russe natürlich auf und spricht von Terroranschlag. Liebe Leute, Russland kommt, ja, also Konflikt, Krieg, ja, shit happens, ja. Dass die auch mal zurückschlagen, ist doch wohl vollkommen klar, oder? Also bitte, ja, wer austeilt, muss auch einstecken. Und andersrum für die Ukraine gilt es auch, wer austeilt, der muss auch einstecken, ne. Beidseitige Propaganda. Ich liebe es. Aber die beste Propaganda ist ja die vom Westen, ja. Weil der Russe jetzt gesagt hat, also Freunde, wenn das jetzt so läuft, ja, dann gibt es keine Getreidelieferung mehr. Was meint er damit? Ganz einfach. Die Ukraine hat mit Seedrohnen die Schwarzmeerflotte in der Krim angegriffen. Das ist natürlich eine Gefahr für die Krim, für die Schwarzmeerflotte. Also geht der Russe her, ganz strategisch und hat gesagt, jetzt gibt es keine Getreidelieferung mehr. Das heißt mit anderen Worten, sie werden das Küstengebiet der Ukraine jetzt sperren, damit nicht weitere Seedrohnenangriffe erfolgen können. Das ist eine völlige, logisch, militärstrategische Schlussfolgerung, die kommt. Und der Westen rächt sich natürlich darüber auf, weil er sieht natürlich jetzt, die Welt gefährdet, ja. Die Getreidelieferungen, die übrigens zum Großstall ja in die Europäische Union gehen und nicht in die dritte Welt. Das muss man immer noch dazu sagen, liebe Leute. Ich liebe ja diese beidseitige Propaganda. Aber Fakt ist, der Westen rächt sich jetzt gerade auf, dass die Russen jetzt möglicherweise den Hafen von Odessa und die Küstengebiete absperren, damit da nicht mehr Angriffe erfolgen können, mit der Begründung, dann gibt es keine Getreidelieferung mehr. Meine Frage ist dann ganz eindeutig an den Westen und an die Ukraine. Was mag es denn bitteschön sein? Kriegsspielen, Seedrohnenangriffe oder den Hunger in der Welt bekämpfen und Getreidelieferung zulassen? Kann man ja mal drüber nachdenken an diesem schönen Sonntag. Und ansonsten noch viel Spaß mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.